Was ist realistischer Pitch? Wir bleiben ähnlich in dieser Kategorie. Fällt der Rekord für die meisten Touchdown-Pässe oder der Receiving-Rekord von Kevin Johnson? Okay, Receiving-Rekord haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Megatron hat den noch 1.964 Yards. Hält den immer noch. 2015 war Julio Jones relativ nah dran mit 1.871. Schwer. Schwer, wenn man mal überlegt, wie viele Targets mittlerweile die Teams oft im Kader haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass Julio Jones wieder eine größere Rolle spielt. Ist es dein Keeper im Fantasy Football? Das kann ich jetzt noch nicht beantworten, aber man muss sagen, er gehört auf jeden Fall zu den Topstars in der NFL. Julio Jones ist das seit Anfang an bei dir schon immer im Kader des Sports. Ja, er ist von Anfang an drin gewesen und er war auch jedes Jahr Keeper. Dabei habe ich ja mal einen Trade angeboten bekommen gegen Antonio Brown, den ich damals abgelehnt habe, obwohl Antonio Brown in der Saison besser war. Julio Jones, wenn er den Rekord bricht, wäre das natürlich auch ein Fantasy-Monster. Aber T.Y. Hilton war letztes Jahr der Mann mit den meisten Receiving-Yards. 1.448, glaube aber auch, dass T.Y. Hilton nicht nochmal da anführt. Letztes Jahr irgendwie Antonio Brown, Julio Jones, alle ein bisschen unter den Möglichkeiten geblieben, hat man zumindest bei den Yards das Gefühl. Weil viele, viele Targets. Ich widerspreche dir trotzdem. Ich sage, der Rekord von Kevin Johnson bleibt bestehen, weil eben immer mehr Targets bestehen. Ich glaube, da hast du nicht mehr diesen einen Mann, der über 2000 Yards Receiving bekommen könnte. Und gehe mit dem Touchdown-Pässen. 55, gehalten von Peyton Manning. Letztes Jahr Aaron Rodgers mit 40. Trotzdem ist er hier mein Mann. Und ich glaube, wenn Aaron Rodgers nochmals so performen könnte, wie am Ende der letzten Saison, wenn er das durchhält und sein Receiving-Core fit bleibt und die Packers jetzt das Spiel nicht komplett umstellen, was sie aber auch nicht machen müssten, dann wäre Aaron Rodgers ein Kandidat, um diesen Rekord zu brechen. Wir reden davon, 3,4 Touchdowns pro Spiel. Also haust du mal einen Fünfer raus, dann kannst du dir auch mal einen Dreier laden. Also von daher, ich glaube, der Touchdown-Rekord ist eher hier das, was brechen könnte.